Hallo und willkommen bei SmartHomeBlogger.de. Im heutigen Video wird das Hauptmenü der App programmiert. Das Hauptmenü besteht aus einer ausziehbaren Seitenleiste, auf der alle Menüpunkte angezeigt werden. Über den Menüpunkten wird der Name des aktuellen Nutzers und der Icon der App angezeigt. Wenn die Seitenleiste nicht herausgezogen ist, ist das Layout des aktuell ausgewählten Menüpunkts sichtbar. Als erstes wird die Datei content-main.xml im Verzeichnis mobile-res-layout geöffnet. Diese Datei ist die Layout-Datei des Hauptmenüs. Entferne die Padding-Elemente des Relative-Layouts, damit die Elemente des Layouts den Bildschirm ganz ausfüllen. Als nächstes öffnest du die Datei app-bar-main.xml aus dem selben Verzeichnis. Hier entfernst du den Floating Action Button aus dem Layout, da er nicht benötigt wird. Jetzt wird das Hauptmenü programmiert. Dazu öffnest du die Datei mainactivity.java im Verzeichnis mobilejava.de.smarthome-blogger.smarthome. Hier wird in der Methode onCreate der Codeblock entfernt, der den Floating Action Button initialisiert und ihm einen OnClickListener zuweist, da der Floating Action Button nicht benötigt wird. Anschließend wird ein neues Fragment erstellt. Ein Fragment ist ein GUI-Element, das in einer Activity dargestellt werden kann. Die einzelnen Menüpunkte werden als Fragments implementiert und können somit im Hauptmenü dargestellt werden. Um ein Fragment zu erstellen, klickst du mit rechts auf eine bereits erstellte Java-Datei und wählst New Fragment Fragment Blank. Hier entfernst du als erstes die Haken bei Include Fragment Factory Methods und Include Interface Callbacks. Gib dem Fragment den Namen Room Fragment und klicke auf Finish. Bevor das Room Fragment implementiert wird, wird der Navigation Drawer bearbeitet. Dazu öffnest du die Datei activity-main-drawer.xml im Verzeichnis mobile-res-menu. Dort löscht du alles außer den Menü-Tag. Dann wechselst du wieder zur Datei mainactivity.java. Hier erstellst du am unteren Ende der Datei eine neue Klasse namens DrawerItem. Alle Elemente, die in der Seitenleiste angezeigt werden, sind eine Instanz dieser Klasse. Die Attribute der Klasse sind ein Name, eine Location, die ID des anzuzeigenden Icons und ein anzuzeigendes Fragment. Der Konstruktor bekommt für alle Attribute einen Parameter übergeben und initialisiert die Attribute damit. Außer dem Konstruktor besitzt die Klasse auch eine Getter-Methode für jedes Attribut und eine Methode namens isRoom, die prüft, ob das aktuelle Objekt ein Menüpunkt für einen Raum ist. Dazu prüft sie, ob das Fragment-Attribut eine Instanz der Klasse RoomFragment ist. Der Login-Bildschirm schickt bei jeder erfolgreichen Anmeldung die im Smart Home angelegten Räume mit einem Intent ins Hauptmenü weiter. Um im Hauptmenü auf diese Daten zugreifen zu können, muss dieser Intent abgefangen werden. Dazu wird eine globale String-Variable namens RoomData angelegt. In der Methode onCreate wird mit der Methode getIntent der Intent und mit der Methode getExtras die Daten des Intents abgefragt. Die Rückgabe des Aufrufs getIntent.getExtras wird einem neuen Objekt der Klasse Bundle zugewiesen. Mit einem if-Block wird überprüft, ob dieses Objekt nicht null ist und dass es ein Extra mit dem Key mainActivity.extra-Rooms enthält. Wenn beide Bedingungen zutreffen, wird der Wert dieses Extras abgefragt und der Variable RoomData zugewiesen. Anschließend wird mit RoomData als Parameter die Methode createRooms aufgerufen, die nachher noch implementiert wird. Falls eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt wird, wird die Methode loadRooms aufgerufen, die in einem zukünftigen Tutorial implementiert wird. Jetzt wird die Methode createRooms implementiert. Sie erhält einen String als Parameter und hat keinen Rückgabetypen. In einem Try-Block wird ein JSON-Object namens json-obj mit 0 initialisiert. Dem Objekt wird in einem weiteren Try-Block mit einem Konstruktor, dem der Parameter RoomData übergeben wird, ein neuer Wert zugewiesen. Falls der Konstruktoraufruf eine JSON-Exception wirft, so wird im Catch-Block der Stacktrace ausgegeben. Anschließend wird ein JSON-Array namens rooms mit der Rückgabe der Methode json-obj.getJsonArray mit dem Parameter rooms initialisiert. Diese Methode liefert den Wert des JSON-Objektes json-obj mit dem Key rooms, das in diesem Fall ein Array ist. Als Nächstes werden in der Klasse MainActivity zwei weitere globale Variablen angelegt. Die erste Variable heißt drawMenu und ist vom Typ menu. Die zweite Variable ist eine ArrayList für Objekte der Klasse DrawerItem und heißt DrawerItemList. Sie wird mit einem Konstruktoraufruf initialisiert. Wieder in der Methode CreateRooms werden nun statische Menüpunkte zur eben erstellten ArrayList hinzugefügt. Statische Menüpunkte sind anders als die Räume immer sichtbar. Beispiele dafür sind die Punkte Einstellungen, Übersicht oder Ereignisse. Um einen Punkt zur Liste hinzuzufügen, wird die Methode Add das Objektes DrawerItemList aufgerufen. Dem Aufruf wird ein Objekt der Klasse DrawerItem übergeben. Dieses Objekt wird mit einem Konstruktoraufruf erstellt. Als erstes wird der Menüpunkt Übersicht erstellt. Dazu rufst du den Konstruktor mit den Werten Übersicht, Icons.GetDrawIcon mit dem Parameter Overview, Overview und NewOverviewFragment auf. Die Klasse Icons wird später erstellt. Sie liefert mit ihren Methoden für jeden übergebenen Key die ID des passenden Icons zurück. Da die Klasse OverviewFragment noch nicht existiert, erstellst du diese mit einem Rechtsklick auf eine Java-Datei und einem Linksklick auf NewFragmentFragmentBlank. Entferne wieder die Haken bei IncludeFragmentFactoryMethods und IncludeInterfaceCallbacks und gib dem Fragment den Namen OverviewFragment. Mit einem Klick auf Finish erstellst du das Fragment. Wieder zurück in der Methode CreateRooms wird eine Vorschleife erstellt, die für jedes Objekt in dem JSON-ArrayRooms ein neues Objekt der Klasse JSONObject erstellt. Die Methode GetJSONObject des Room-Objektes wird mit dem aktuellen Schleifenindex aufgerufen und das Ergebnis dem JSONObject zugewiesen. Anschließend wird der DrawerItemList mit der Methode Add wieder ein neues DrawerItem hinzugefügt. Dem Konstruktor von DrawerItem rufst du nun mit den folgenden Werten auf. o.getString mit dem Parameter Name, icons.getDrawIcon mit dem Parameter o.getString mit dem Parameter Location, o.getString mit dem Parameter Location und NewRoomFragment. Damit wird mit der Schleife jeder Raum mit seinen Werten zum Menü hinzugefügt. Ein weiterer statischer Menüpunkt ist der Punkt Einstellungen, der nun ebenfalls der Liste hinzugefügt wird. Hier wird der Konstruktor der Klasse DrawerItem mit den folgenden Werten aufgerufen. Einstellungen, icons.getDrawIcon mit dem Parameter Settings, Settings und NewSettingsFragment. Danach wird dem äußeren TryBlock ein CatchBlock hinzugefügt, der eine Exception fängt und mit dem Parameter Fehler beim Laden der Räume die Methode Fehlermeldung aufruft, die jetzt implementiert wird. Die Methode Fehlermeldung hat keinen Rückgabetypen und erhält als Parameter einen String, der die anzuzeigende Nachricht enthält. In der Methode wird eine Snackbar mit dem übergebenen Text erstellt und angezeigt. Nun wird noch das SettingsFragment erstellt, in dem nach einem Rechtsklick auf eine Java-Datei wieder NewFragmentFragmentBlank ausgewählt wird. Entferne wieder die beiden unteren Haken, gib dem Fragment den Namen SettingsFragment und klicke auf Finish. Wie vorher erwähnt wird nun die Klasse Icons erstellt. Klicke dazu mit rechts auf eine Java-Datei und wähle NewJavaClass. Gib als Namen Icons ein und klicke auf OK. In der Klasse wird nun die Methode GetDrawIcon implementiert, die für die Menüpunkte die IDs der entsprechenden Icons zurückgibt. Die Methode ist statisch, erhält einen String als Parameter und liefert einen Integerwert zurück. Im Inneren der Methode ist ein Switchblock, der für jeden Wert des Parameters Key einen bestimmten Icons zurückgibt. Fürs erste wird hier nur der Default Case erstellt, der die ID des App-Icons zurückliefert. Jetzt wird wieder in die MainActivity gewechselt und in der Methode OnNavigationItemSelected der komplette If-Block gelöscht, da er nicht benötigt wird. Damit ist dieses Tutorial zu Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.